Hallo aus dem P3 Sportstudio. Bei den aktuellen Temperaturen denken wohl die wenigsten von uns an Winter und Pulverschnee. Nicht so meine beiden heutigen Gäste, denn sie sind zwei der aktuell erfolgreichsten niederösterreichischen Wintersportler. Und ich freue mich heute Snowboard-Weltmeister Jakob Dussek und Vize-Weltmeisterin Pia Zerkold begrüßen zu dürfen. Hallo. Danke, hallo. Jakob, dein großer Triumph bei der WM in Georgien ist mittlerweile vier Monate her. Inwieweit hast du dich schon auch mit dieser Anrede Weltmeister angefreundet? Ja, es passiert immer wieder, vor allem unter Freunden, dass sie zu mir sagen, hey Weltmeister, komm an mich her. Aber wirklich ganz, ich selber fühle mich nicht so, als hätte sich wirklich viel verändert dadurch, weil ich bin noch immer der Jakob, der, was ich vorher auch war. Pia, wie ist es bei dir mit der Vize-Weltmeisterin? Ja, ganz gleich wie beim Jakob eigentlich. Ja, ich denke oft gar nicht mehr dran, es ist halt so, dass es noch viele Events sind, da wird man schon sozusagen immer wieder erinnert und kann sich nochmal voll dafür freuen. Und das irgendwie, ja, ist es eigentlich jetzt im Sommer erst so richtig so angekommen, würde ich sagen, weil im Winter war es ja auch sehr stressig. Wir waren viel unterwegs, es waren gleich die nächsten Rennen und so. Von dem her, ja. Wie war das also für dich gerade als jemand, die bisher noch nie am Podest gestanden ist, dass es ausgerechnet bei dem Großereignis geklappt hat mit dem ersten Stockerl und dann gleich Silber? Ja, das war echt Wahnsinn. Also in der letzten Saison habe ich ja schon vierte Plätze einfangen können. Ja, dass das dann die Saison mit der Verletzung im Oktober hingekommen hat, war natürlich Wahnsinn und hat mich mega gefreut. Jakob, jetzt warst du schon ein Jahr davor bei Olympia einer der Mitfavoriten, da hat es noch nicht für Edelmetall gereicht. Wie groß war jetzt die Erleichterung, dass es in Georgien eben geklappt hat, endlich erste Medaille und dann gleich zwei? Ja, extrem, extrem gut. Ich war ja bei der letzten Weltmeisterschaft in Idra in Schweden, dort bin ich ja Vierter geworden. Und da habe ich gemerkt, dass das Vierter werden bei einer Weltmeisterschaft schon ganz schön schmerzt. Und dann in Georgien im großen Finale wollte ich nur nicht Vierter werden. Dass es dann für die Goldmedaille gleich reicht, war natürlich umso schöner. Aber ich hätte jede Medaille mit heimgenommen, mit einem Grinser. Jetzt hast du da die Goldene im Einzel- und Silber im Team mit der Pia gemeinsam. Wiegt da vielleicht eine von den beiden Medaillen schwerer als die andere? Ja, ich meine, Gold ist Gold, da kann man wenig dagegen sagen. Die ist mir persönlich schon mehr wert. Aber die Silberne im Team ist natürlich auch nicht viel weniger wert, das kann man jetzt nicht so sagen unbedingt, weil es hat noch nie im Team beim Snowballcross, im Mixteam gegeben, dass wir auf Stockhol gefahren sind und dass wir dann gleich bei der Weltmeisterschaft im Team gemeinsam aufs Podest fahren, ist auch schön. Und man hat wen, mit dem man sich freuen kann. Das ist auch extrem, extrem gut. Pia, wie wichtig war diese gemeinsame Medaille auch für euch als gesamtes Team? Ja, voll. Also so eine Medaille schweißt natürlich noch einmal mehr zusammen. Ja, wie gesagt, die Saison davor war bei mir echt nicht so leicht mit der Verletzung. Und ja, dann im Team so eine Medaille einzufahren ist natürlich mega schön, wenn man sich dann zu zweit so gefahren kann. Erkob, jetzt kommst du wie die Pia aus Niederösterreich, also Flachländer, im Vergleich zu euren Teamkollegen, die alle aus dem Westen, aus den Bergen kommen. Wie kannst du dir euch auch erklären, dass Niederösterreich gerade so einen Stellenwert im Snowboard mittlerweile hat? Ja, ich meine, wir haben gute Berge mit einem anderen Berg, Gemeindealm, Hochkar. Das sind ja alles Berge, die was eigentlich auch in der Nähe sind, weil wir fahren eine Stunde circa hin. Das ist jetzt nicht so weit und dort kann man auch extrem gut trainieren. Und dann, was glaube ich auch unser Vorteil ist, durch das, dass wir aus Niederösterreich gekommen sind, ist, dass wir ein bisschen eine Distanz zu den Bergen haben und deshalb das Feuer danach mehr brennt. Weil wenn man jeden Tag die Bergfahrt, ein Haustier hat, dann hat man sich mehr Angesägen davon vielleicht. Und das glaube ich, dass wir als Vorteil haben, weil wir wirklich jeden Tag in den Berg wollen und immer dorthin kommen, weil wir es eben daheim nicht wirklich vor der Haustier haben. Was hat dir eigentlich überhaupt motiviert dazu, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt nicht Fußballer oder sonst was, sondern wirklich Profis Snowboarder? Ja, einfach die Atmosphäre, die man hat, weil man mit dem ganzen Zirkus gemeinsam unterwegs ist, die anderen mit Konkurrenten und auch Freunde, die unterwegs sind und wir sind den ganzen Winter gemeinsam unterwegs. Das hat man, glaube ich, in wenigen anderen Sportarten so stark wie bei uns im Bruderkrauss. Pia, wie war das bei dir? Weil du bist als Scheibserin ja auch nicht unbedingt in der hochalpinen Region daheim. Was hat dich so fasziniert am Snowboard als Sport? Ja, also ich meine, der Ötscher ist bei uns auch ganz nah eigentlich. Das heißt, Skigebiet ist gleich in der Nähe, so ist es nicht. Aber ja, mich haben auch die Berge einfach fasziniert. Das war halt für uns immer was ganz Besonderes, wenn wir am Gletscher waren im Herbst schon oder dann im Winter halt echt im Hochalpinen. Das ist einfach richtig schön und da so einen Sport auszuüben ist einfach mega schön und cool. Inwieweit habt ihr da auch schon gemeinsam euch aus Jugendzeiten so von Rennen aus Niederösterreich gekannt? Jakob und ich jetzt? Eigentlich noch gar nicht so. Ich würde sagen, wir haben uns eigentlich erst so richtig kennengelernt, wie ich in Schladming in die Schule gekommen bin. Genau, Jakob ist ja ober mir in die Klasse gegangen und ja, dort haben wir uns dann erst so richtig kennengelernt, eigentlich in Schladming in der Schule. Jakob, jetzt hast du bei Union Trendsport St. Pölten begonnen. Welche Rolle hat da bei deiner Karriere der Erik Wöll und dann Benni Karl so als Vorbilder gespielt? Ja, also vom Wöll-Erik habe ich, bevor ich eben nach Schladming in die Schule gegangen bin, haben wir immer an so verlängerte Wochenenden sind wir aufs Kitzsteinhorn gefahren, haben dort trainiert und der hat mir mehr oder weniger den Weg gezeigt, dass es das Snowboard-Cross gibt, dass es da eine Schule dafür gibt, wo man im Winter dann wirklich trainieren kann dafür und Rennen fahren kann. Also der war da wegweisend und ja, da bin ich mir sehr dankbar dafür. Du bist jetzt keine Trendsport-Borderin sozusagen, Pia, wie bist du, welche Förderer hast du da in Niederösterreicher gehabt? Genau, für mich war auch der Förderer der Erik Wöll auf jeden Fall. Also ich war genauso mit dem Erik immer unterwegs, ja, jeden Herbst eigentlich auch schon am Gletscher unterwegs und Technik-Training und einfach Spaß am Snowboard zu haben. Genau, also der hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Was hat dich eigentlich auch so fasziniert an der Disziplin Border Cross, dass es ja doch ein sehr körperbetonter, harter Kampf Frau gegen Frau ist. Ja, also mir teilt am meisten die Abwechslung. Es sind nicht nur Kurven zu fahren, es sind auch nicht nur Sprünge, sondern es ist eben genau die Kombination aus einer anspruchsvollen Startsektion, aus den Banks, aus den Sprüngen und dann natürlich, dass man zu viert auf einmal fährt. Das hat man ja sonst fast wie in keiner Sportart und das hat mich auf jeden Fall, ja, von Anfang an gleich gecatcht sozusagen und das hat mir taugt und taugt mir natürlich immer noch voll. Jakob, wie schaut es da bei dir aus, diese Ellbogentechnik auch so dein Favorit? Ja, Ellbogentechnik zu viel kann man natürlich nicht machen, aber ein bisschen Körperkontakte passiert hin und wieder. Und für mich war es auch so, dass eben das Snowboard Cross, die Snowboard-Sparten Alpin und Freestyle miteinander verbindet auch ein bisschen. Weil mit Alpinen fährst du eben alleine deine Kurven runter, beim Big Air, beim Slopestyle, da machst du deine Tricks über die großen Sprünge drüber und wir haben mehr oder weniger beides, wir haben Kurven, wir haben Sprünge, deshalb hat mir das Snowboard Cross am meisten zugesagt. Jetzt hast du mittlerweile auch für deine Karriere in den letzten Jahren Wohnsitz nach Innsbruck verlegt, jetzt liegt dort auch nicht einmal dort auf den Bergen wirklich Schnee. Wie verbringst du jetzt auch als Weltmeister sozusagen sportlich den Sommer? Ja, auf jeden Fall auf dem Fahrrad. Viel Zeit in der Grafkammer, auf dem Fahrrad und da wird im Sommer fast mehr trainiert wie im Winter. Wie schaut das eigentlich da bei dir aus, wie weit ist das Bier für die Motivation, mit der Silbermedaille im Gepäck sozusagen, sich da bei der Schinderei in der Grafkammer vielleicht leichter zu überwinden? Ja, natürlich, das ist einfach eine gute Bestätigung, dass das alles passt, was man macht und ja, dass man sozusagen auf einem guten Weg ist, dass man auch letzten Sommer schon gut trainiert hat. Aber natürlich kann man immer ein bisschen drauflegen und immer so kleine Sachen verändern und so genau arbeite ich gerade daran, noch besser zu werden. Und wie weit hast du eigentlich auch Wohnsitz da schon Richtung Berge jetzt verlegt, dass es beim Training besser klappt? Ja, genau. Also ich bin jetzt auch in Innsbruck daheim. Ich habe da jetzt eine Wohnung seit zwei Monaten. Das dauert mir total. Ich bin aber trotzdem auch ganz gerne in Niederösterreich. Natürlich, Familie und Freunde sind ja zum Teil auch da. Und ich trainiere auch sehr gerne in St. Pölten im OZ zum Beispiel. Da habe ich einfach mein Trainerfeld. Die anderen Athleten, das harmoniert sehr gut. Und da macht mein Training umso mehr Spaß und das ist ja das Wichtigste sozusagen. Genau. Trainiere aber auch ganz gerne im OZ in Innsbruck. Deshalb bin ich mal da, mal da sozusagen. Aber ja. Jakob, jetzt wissen wir von den alpinen Skifahrern. Da geht es meistens irgendwann Ende Juli, Anfang August nach Südamerika in den Winter. Wie schaut das bei euch aus? Ist da irgendwie Trainingslager irgendwo auf der Südhalbkugel jetzt eingeplant? Nein, das haben wir nicht geplant. Unsere Saison geht ja erst im Dezember los. Das heißt, wir sind über einen Monat später dran wie die Skifahrer. Und darum haben wir auch mehr Zeit, dass wir später erst einsteigen. Das heißt, wir werden erst im September auf Schnee gehen. Und dann ist hoffentlich die Lage in Europa auf die Gletscher auch schon so gut, dass man dort gut trainieren kann. Wie schaut es da bei dir aus, Pia? Oder früheres Schnee, Einstieg oder erst zu September? Ganz gleich. Also Jakob und ich trainieren im Winter auch immer gleich. Was hast du auch für die neue Saison jetzt vorgenommen als Vizeweltmeisterin? Ja, ich möchte auf jeden Fall konstanter fahren. Das hat ja letzte Saison nicht ganz so hingehört. Würde ich schon auch sagen durch die Verletzung. Da war der Einstieg gar nicht so leicht. Und jetzt hoffe ich, dass der Aufbau einfach gut funktioniert, dass im Herbst auch alles gut läuft. Und dass ich dann ja die Saison konstant gute Ergebnisse fahren kann und hoffentlich auch noch öfter am Stock stehen darf. Jakob, konstant gut fahren im World Cup. Hast du schon bewiesen, dass es bei dir funktioniert? Welche Erwartungen hast du jetzt für die Premieren-Saison, wenn man so will, als Weltmeister und großer Gejagter? Ja, also das große Ziel ist natürlich nächstes Jahr der Gesamt-Weltcup. Dass da im Gesamt-Weltcup, dass ich mich da vorne platzieren kann und wirklich auch über die Saison konstant fahre. Das wäre das große Ziel, da ja kein großes Ereignis ansteht, ist da der volle Fokus auf jeden einzelnen World Cup dann. Wo sind dann noch die Schrauben, wo du jetzt sagst, da muss ich noch drehen, dass diese Konstanz auch dann noch im World Cup kommt? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich habe sicher noch Zeit in die Kurven, wo ich etwas rausholen kann. Dort auf jeden Fall. Und dann kommt es natürlich auf jeden Kurs drauf an. Alle Kurse sind verschieden. Der eine Kurs liegt dann mehr als der andere. Und da gibt es einfach das dann so zu trainieren, dass dann jeder Kurs wird, der dann liegt. Pia, abschließend noch eine kurze Frage. Wie schaut es eigentlich aus? Wie weit könnt ihr den Sommer und Strand liegen und so weiter genießen als Wintersportler? Ja, also jetzt direkt im Hochsommer haben wir nicht viel Zeit für Urlaub, muss ich sagen. Urlaub ist eher so direkt nach der Saison nicht mehr geplant. Genau, da war jetzt auch erstmalig am Monat in Indonesien. Das war wahnsinnig schön. Aber jetzt im Hochsommer hast du hartes Training. Und ja, da kann man vielleicht mal auf ein längertes Wochenend wohin fahren und genau da nochmal Energie tanken. Also das heißt, auf euch beide warten intensive Wochen. Dann wünsche ich euch eine weiterhin gute und vor allem verletzungsfreie Saisonvorbereitung und sage danke fürs Kommen. Und an Sie, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.